Und jetzt geht's ins Trompetenzimmer. Richtige Trompetenschülerinnen und eine richtige Trompetenlehrerin. Und richtige Trompeten. Klingt ja furchtbar. Klingt das immer so furchtbar, Frau Froni? Natürlich nicht. Komisches Instrument. Aber wie heißen denn die Spieler und Spielerinnen? Der Lorenz, der Lino und die Elina. Der Lorenz, der Lino und die Elina. Ein richtiges Trompetenensemble. Darf ich euch einmal dirigieren? Selbstverständlich. Sehr gut. Also dann bitte jetzt auf mein Zeichen. Versammelte Trompetenschaft. Bitte. Eins, zwei, drei. Jetzt viel Vergnügen. Untertitelung des ZDF.